Mach mal, start mal the entertainment. We love to entertain you. Das Kind ist extra in meine Achsel gerückt, damit sie nicht atmen kann. Ja, ihr schreibt, also nicht ihr alle, aber einige schreiben immer, das Kind kriegt keine Luft. Weil ich bin sträum ins Gegenteil geschoben. Ja, als ob wir unser Kind hier ersticken lassen. Egal. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Es ist ganz früh für unsere Verhältnisse. Der Staubsauger ist noch nicht mal gelaufen, hier unser Roboter. Für Bernd ist es schon spät, der ist schon... Wir haben wieder zart geweckt und kurz vor sechs. Ja, vom Smurf to birth. Der wollte raus. Aber wir waren gestern auch, waren wir im Bett, acht Uhr. Viertel vor acht. Viertel vor acht, da haben die Smurfy und Bernd schon geschlafen, ganz früh. Molla und ich noch nicht. Wir haben noch ein bisschen gespielt. Ich bin Eti den ganzen Tag zu essen. Naja, er hat jetzt gefrühfügt und schläft. Bernd hat schon den Kamin angemacht. Der hat schon Kaffee gekocht. Ich war duschen. Jetzt kuschelt er mit Molly. Ja, und ich hatte Wäsche mitgebracht, runtergebracht. Die muss ich nämlich... Genau, das wollte ich jetzt machen. Und die Wäsche schon mal sortieren in unsere Kisten. Denn sonst gibt es bald nichts mehr zum Anziehen. Das ist dreckige Wäsche. Das ist saubere Wäsche. Und die dreckige Wäsche sortiere ich jetzt in unser super Farbsortierungssystem ein. Von Ikea sind die Kisten. Holt euch die auch, wenn ihr noch nach einem System sucht, eure Wäsche zu sortieren. Und die Kisten. Das ist das morgendliche Ritual. Los Staubi, Staub! Einmal hier aus. So, genau. Kamin brennt schon und die Maus wartet hier für unser tägliches Ritual nach dem Stillen. Was ist unser tägliches Ritual nach dem Stillen? Willst du das erzählen? Erzählst du das mal dem Vlog? Was ist unser tägliches Ritual? Spielen! Spielen! Auf dem Sofa spielen! Rumblödeln! Ne? Das machen wir immer. Und dann, dann muss ich hier saugen. Jeden Tag sauge ich unser Sofa ab. Und du schaust mir dabei zu. Hier. Erholt die Mama jetzt den Sauger? Okay. Kann ich da auch vielleicht die Rollos nochmal hochmachen. Bernd war übrigens gestern nicht im Baumarkt und hat nicht die Sachen dafür geholt, so wie es ursprünglich geplant war. Ich sag euch, hier ist immer anders als geplant. Ne Moala? Hier. Wir nehmen uns das immer vor und dann kommt es anders. Ja! Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Lauf Moala, lauf, lauf, lauf! Ah! Bist du eine Maus, ne? Wieso eine süße Maus? Ja? Haben wir immer noch nicht das Sofa gesaugt? Hm? Mama. Mach mal patche, patche, patche. Patche, patche, patche. Patche, patche, patche. Hm? Mit deinen süßen Händen. Ja, ja. So chillen wir dann immer hier ein bisschen ab, ne? Und spielen und singen. Und erzählen. Und jetzt mache ich aus, weil der Staubsauger läuft. Dann ist das voll unangenehm. Jetzt muss ich euch fragen. Ich mache gerade so. Und sie ist ganz fasziniert. Wie heißt das? Knipsen? Knipsen oder knispeln? Ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Hier. Knipsen, knispeln. Keine Ahnung. Schnipsen. Vielleicht auch. So viele Möglichkeiten, Livia. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah! Ah! Jetzt guck mal, wie er sich gar nicht stören lässt vom Staubsaugen. Interessiert ihn überhaupt nicht, solange man ihn nicht antuckt. So, hier ist schon Pizzateig in der Mache mit der frischen Urhefe. Wir gehen nämlich jetzt los und er kann jetzt schön fünf Stunden oder so gehen und ich habe den halben, das halbe Mehl habe ich hier so, war alles voll, aber dank Staubsauger ist alles wieder weg. Ja, und du hast mir eine ganz tolle Geschichte erzählt in deiner Sprache. Ja, erzähl mir noch mal, was hast du mir alles erzählt auf morrlich, auf morrlich. Ja, ja, und du strampelst ganz doll. So, meine Lieben, wir sind zurück von unserem riesigen Spaziergang, wir waren voll lange unterwegs, haben den Bert besucht, meine Schwiegereltern waren da, wir haben Kuchen gegessen, gequasselt und sowas alles und jetzt bereite ich hier die Pizza vor. Ich habe ja den Pizzateig schon lange, lange aufgesetzt und ich hatte diesmal frische Hefe Hefe genommen, nicht Trockenhefe und das war schon gerade richtig schön aufgegangen bis hier. Und dann hatte ich den noch mal nur auf Kneten gerade gemacht, dass er noch mal durchknetet. Jetzt kann er noch mal eine Stunde gehen. Genau. Und dann habe ich hier für den Bernd, der möchte gerne Gyros auf seine Pizza haben, da habe ich Sojaschnetzel aufgekocht. Das ist halt einfach so, das ist einfach Soja in Form von Schnetzeln in Wasser aufgekocht. Nur einmal aufkochen, ausmachen, abkühlen oder halt mit kaltem Wasser abspülen. Dann bringe ich die richtig, richtig aus, so zwischen den Händen so. Und dann kommen die hier rein. Das sind Tiefkühlzwiebeln, Tiefkühlknoblauch, Tiefkühl-Convenience-Food, my best friend. Und ein Gyros-Gewürz, wir nehmen das aus der Metro, weil wir halt echt viel davon benutzen. Also wir essen halt oft diese Schnetzel und da kommt echt viel rein. Da mischen zwei Esslöffel drin, weil die sind recht geschmacklos so an sich. Deswegen kommt da sehr viel Gewürz rein. Und dann habe ich hier noch vorbereitet alles, was wir so drauf haben möchten. Ich mache mir ja immer PP, perverse Pizza. Ich nehme Pizza mit Banane, ich nehme da Ananas mit drauf. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch mögt. Ja, dann Käsesorten verschiedene. Da haben wir so mittelscharfe Peperoni, zwei verschiedene Tomatensoßen. Ich mag am liebsten diese hier vom Lidl. Die ist so mit Gemüse, total lecker. Und Carvino und Bernd nehmen gerne diese normale Tomatensauce. Dann Oliven, hier sind Schafe, Peperoni, Sauce Hollandaise, Jalapeños, Nudeln, Restenudeln, Mais und allerhand. So. Und jetzt wacht die Maus auf. Genau. Und nur um sicher zu zeigen, dass sie nicht erstickt. Da. Ne. Die atmet. Hört ihr sie atmen? Ich höre sie die ganze Zeit atmen. Und sie erstickt nicht. Keine Sorge. Ich passe da auf. Kann man mal ausprobieren, Nachos auf die Pizza. Ja, wahrscheinlich einfach mit dem Nacho-Dip. Lecker. Ja, mach ich. Ja, mach doch. Ja. Ich guck mal. Hier, ob wir noch Nacho-Dip haben. Vorsicht. Hm. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr diesen Käse-Dip. Doch, du hast aber Glück. Noch eine ganze? Noch eine ganze. Dann mach ich mir noch eine ganze drauf. Ja. Mach das. Wir haben, warte mal, haben wir noch Käse-Nachos? Ne, ne? Ne, wir haben nur diese Chili-Nuggets. Nicht Nuggets. Chili-Nachos. Oh, das ist so schade. Also, was machst du dir alles drauf auf die Pizza? Nacho-Dip? Ja. Nacho-Käse-Dip. Nudeln? Was für Nudeln haben wir da? Penne. Ja. Sosolondés. Mh. Sosolondés und das? Ja. Wow. Ähm. Mais. Und... Ah, das war's glaube ich auch schon. Was nimmst du auf deine Pizza, Molly? Milch. Milch. Milch? Soll ich Käse machen? Und Reiskorn. Ein Reiskorn. Einmal habe ich gegessen und die Maus lag auf diesem Stillkissen unter mir und ich... Also Reis ist halt runtergefallen und Calvino sagt, ein Reiskorn ist bei ihr im Mund gefallen. Hast du ein Reiskorn gegessen? Ja? Äh. Hast du den gegessen? Gelutscht? Ich wollte schreiben welche, das ist sehr ungesund. Ich wollte zum Arzt damit gehen. Das ist ja schon... Wie lange ist das her? Vier Wochen? Ich glaube gar nicht, dass du das gegessen hast. Nein. Nein. Und hier ist das Gyros am Brutzeln. So, das ist meine PP. Perverse Pizza. Ich habe Pennennudeln, Ananas, Kidneybohnen, Mais, Banane, Käse, Sauce Hollandaise, Tomatensauce. Da kommen jetzt noch Zwiebeln drauf. Ach, Oregano ist drauf. Und Knoblauch. Knoblauch ist ganz wichtig, Molly. Ja, lecker Knobli. Und das Ganze geht jetzt in den Backofen. Ich wollte eigentlich das auch noch drauf machen, das Gyros-Dings, aber habe ich nicht. Geht jetzt schön bei 250 Grad. Mit einer so Schiene. Jam, jam, jam. Ach so, und eigentlich mache ich mir hier noch so... Wo sind sie? Die mache ich mir noch drauf. Aber wir essen das heute mit Tabasco. Die sind im Eckbärtsschrank, links. Ne, rechts, wenn du davor stehst. Links, Eckbärtsschrank. Rechte Seite, linke Seite. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker schmecke. Das essen wir jetzt auf. Das essen wir jetzt auf. Und dann zaubern wir. Ich mache daraus Milch und du machst daraus... Flüpfer. Orangensaft. Ja. Curry. Curry-Tunke. Mhm. Und was hast du jetzt alles drauf? Käse mit Mais, Nudeln, Soße Hollandaise, Tomatensauce, Käse. Und Nachos. Nachos auch? Ja, aber nicht viele. Ja, lass dir schmecken. Was war das für ein Text, den du mir geschickt hast? War das eine Anspielung auf ein Test, den du gemacht hast? Mhm. Noch nicht schwanger. Tot. Was hast du alles drin in deiner Pizza? Pizza. Mais. Ich meine, Gyros gedünnt, Zwiebeln, Peperoni. Käse? Tomaten? Ja, Tomatensauce, Käse. Oder heute trocken. Furz, trocken. Ja. Essigfleisch. Wir haben noch hier Kräuterbutter, die der Bernd mal gemacht hat. Die war eingefroren. Können wir den Rand schön... Smirkylefze. Das ist alles andere. Ist auch im Kochbuch drin, glaube ich, das Rezept. Ja. Mhm. Ach so, die Abstimmung auf Instagram hat übrigens ergeben, ich glaube, 87% hat für ein echtes Buch gestimmt. Mhm. Und nicht für ein E-Book-Kochbuch. Oder baldes machen. Ja. Ich habe euch einen erzählt und habe gar nicht gefilmt. Ich habe euch erzählt, dass Bernd sich die Maus jetzt einbindet ins Tragetuch. Und ich hatte auf Instagram abgestimmt, dass... Das... Hier rüber. Ich werfe sie jetzt rüber, ja. Warte, ich habe sie noch nicht. Ich halte sie ja hier. Alles gut. Nicht, dass sie wieder zugrunde ist. Abdrücken. Die Luft abdrücken. Hab sie noch nicht. Ja, jedenfalls hatte ich euch gefragt, ob ihr Hauls extra sehen möchtet. Also so, dass wir zwei Videos an einem Tag haben. Das hatten wir jetzt ab und zu. Also ich habe euch den H&M-Hall separat gezeigt und den DM-Hall separat gezeigt. Und Food-Halls möchtet ihr auch gerne zusätzlich sehen. Das machen wir. Machst du das hier? Mach mal auf Pause da. Ziehst du das mal herunter? Das muss über sie. Hier. Ja, über sie. So? Ja. Ah, okay. Und dann unten rein. Ach so, ziehst du das hier? Genau. Warte mal auf, Upa. Genau. So. Und genau. Jetzt wollte ich euch erzählen. Wir haben schon eine Liste gemacht. Teilweise für nächste Woche Großeinkauf. Wocheneinkauf. Den zeige ich euch separat in einem Haul. Aber der Bernd war heute Morgen auch einkaufen und hat ein paar Kleinigkeiten geholt. Die wollte ich euch jetzt zeigen. Und zwar hat er ein paar Knoblauchsoßen geholt. Fokus, Fokus. Da, genau. Von Knorr. Vier Stück. Einmal Ananasstückchen. Weil ich hatte jetzt die ja aufgegessen. Für unsere Pizza Pizza. Pizza Pizza. Pizza Pizza Pizza. Genau. Dann gibt es dreimal Paprika. Einmal Kohlrabi. Und einmal Radieschen. Das ist so zum Knabbern für uns. Hauptsächlich fürs Frühstück. Morgen ist ja Sonntag. Da gibt es ein großes Sonntagsfrühstück. Und deswegen. Da knabbern wir gerne Gemüse bei. Und ich glaube das sind nur noch Datteln. Das sind alles Datteln? Wow. Wir haben auch noch ganz viele Datteln. Die Dattelkönig aus Datteln. Genau. Wir haben für unseren Shake. Da brauchen wir eine Packung in der Woche ungefähr. Nee. Fünf Tage. Fünf Tage. Fünf Tage. Ja. Und die halten ja bis nächstes Jahr. Ja. Und die kosten genauso viel wie die halbe. Sonst vielleicht einmal hoch. Normalerweise kostet halt 200 Gramm. 1,89 und das Mann ist 400 Gramm. Für denselben Preis. Super. Ohne Steine auch. Das ist immer ganz wichtig. Weil sonst muss man die alle entsteinen. Genau. Ja. Da haben wir nicht drauf geachtet. Und ich lege die immer im Wasser ein. Die Datteln. Ähm. Ja. Und dann ist das halt voll das Gematsche da die Steine morgens rauszuholen. Wenn man noch so müde ist. Aber jetzt macht der Bernd ja immer den Shake. Der Shake-Beauftragte. Der Shake-Beauftragte. Seitdem die Maller da ist. Ich räume die jetzt eben hier im HWR ein. Die Datteln. Wo kommen die hier rein? Irgendwo. Ach Smurfy. Musst du jetzt hier smurfen? Smurfy. Achtung. Soll ich dich mal waschen? Ja? Machst du in die Waschmaschine? Er dreht durch. So. Machst du was hin? Ich schnell. Ja. Ich hab selber beide Hände voll. Nein. Doch. Kamera und das. Der dreht durch. Irgendwo. Irgendwo sind hier schon da unten. Da unten sind schon Datteln. Da. Dann räume ich hier mal eben etwas um. So. Genau. So. Noch Smurfy. Das macht sowas. Das macht er voll gerne. Jetzt kommt wieder. Der ist nicht genug gelaufen oder so. Ich hab eine riesen Runde mit dem gemacht. Bernd hat gerade mit ihm gespielt. Der ist einfach so. Ist ein Wiegel. Die sind einfach irre. So. Genau. Das. Dann die Knoblauchsoße. Auch noch wegräumen. Lalalala. 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 Bernd singt. So. Papa Maus. Lalalalalala. Ja Bernd guckt Fußball. Genau. Ja ich räume jetzt hier mal weiter auf und melde mich dann gleich wieder. Ich wollte nur noch den Vlog beenden. Ja es war schön mit euch aber jetzt ist Feierabend. Wir gehen jetzt nicht ins Bett weil es ist noch hell. Wir waren schon im hellen Bett auch. Ist jetzt nicht so dass es ein Hindernis ist. Aber wir sind müde. Wir machen uns jetzt Bett fertig und gehen einfach früh schlafen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen bei unserem Sonntag. Das seht ihr dann am Montag. Bis morgen. Tschüss.